Willkommen in Würzburg Hauptbahnhof. Dieser liegt in Deutschland, genauer gesagt in Bayern. Diese Gegend ist weltberühmt für ihre Berge, Wälder, Seen und Burgen. Dort fehlt eine Streckenkarte. Lassen Sie uns das in Ordnung bringen, während wir hier sind. Es gibt noch mehr Aufgaben zu entdecken. Sie können fehlende Streckenkarten einsetzen, erste Hilfepunkte auffüllen, Keys in Säcke füllen und Tunnellängenschilder aktualisieren. Das Hilfepunkte auffüllen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Ihr Zug ist angekommen. Steigen Sie ein. Musik Diese Strecke verläuft über 185 Kilometer zwischen den Städten Würzburg und Kassel. Auf der Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg, Deutschlands erster Hochgeschwindigkeitsstrecke. Die Bauarbeiten an der Strecke Hannover-Würzburg begannen 1973 und voll eröffnet wurde die Strecke 1991 bei durchschnittlichen Kosten von 20 Millionen Euro pro Kilometer. Eine große Herausforderung beim Bau der Strecke waren die 50 Tunnel und 31 Viadukte, die auf diesem 185 Kilometer langen Abschnitt zwischen Kassel und Würzburg nötig wurden. Dieser Zug war der erste Intercity-Express-Zug, auch bekannt als ICE 1. Er besteht aus zwei Triebköpfen der Baureihe 401 an jedem Ende und bis zu 14 Wagen dazwischen. Hergestellt von Siemens zwischen 1989 und 1993 war der ICE 1 die erste Generation von Hochgeschwindigkeitszügen in Deutschland mit einer Höchstgeschwindigkeit von 280 Kilometer pro Stunde. Auf dieser Strecke können Sie sowohl den ICE 1 und seinen modernen Nachfolger, den ICE 3, fahren, als auch Güterzüge ziehen mithilfe der BR 185.2. Erleben Sie den Rausch der Geschwindigkeit, während Sie durch dicht bewaltete Täler, über Ehrfurcht gebietende Viadukte und durch tiefe Tunnel rasen. Dies ist Trainshinworld Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg.